Hallo, jetzt ist es soweit. Nun solltest du dir überlegen, wie du dein Produkt deinen Kunden zur Verfügung stellen möchtest. Da bietet Digistore24 dir unzählig viele Lösungen. Egal, ob du es nach dem Kauf als Download, als E-Ticket oder als Lizenzschlüssel bereitstellen möchtest oder doch lieber per E-Mail oder per Post verschicken. Das alles ist mit Digistore24 enorm simpel möglich. Du kannst andere Software, wie zum Beispiel Code Channel, ActiveCampaign oder Kanjabi per IPN-Anbindung anbinden oder auch selbst per API deine eigene Software mit Digistore24 verknüpfen. Digistore24 ist so vielseitig, dass so gut wie jeder Wunsch umsetzbar ist. Deswegen habe ich eine Playlist für dich eingerichtet, in der du die häufigsten Methoden zur Produktbereitstellung findest. Wirf also einen Blick hier rein und schau einfach mal nach, welche Option deinen Wünschen am ehesten entspricht. Und fehlt dir etwas Bestimmtes, schreib es einfach als Kommentar unter dieses Video.